Es freut uns, Sie und Euch, heute hier im neu renovierten Festsaal des Stiftungsgymnasiums St. Pauls im Convict begrüßen zu dürfen unter dem Motto Baywatch die Rettung nahe. Ich wünsche Ihnen und Euch und uns allen eine wunderschöne, unvergessliche und rauschende Ballnacht am Maturaball des Stiftungsgymnasiums St. Paul 2019. Ich wünsche viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Ich wünsche Euch Tatendrang und Gesundheit, aber vor allem wünsche ich Euch innere Energie und ein Interesse an der Welt, an den Menschen. So wollen wir Euch hinaussenden, dass Ihr ein gutes Beispiel gebt für unsere Schule. Heute uns allen einen reichen Abend der Begegnungen. Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Es la mia vita ferita Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Bltt, guajira Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, so we do it Gonna react to the light For the bang, 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 bang